so nach wie vor hier am einsammeln dann überlegen kann man das eigentlich automatisiert machen und ich sage gerade das laden aktivieren ja macht er dann fangen wir mit dem zurück sehr schön ich bin da richtig gut in der erntezeit jetzt unterwegs gewesen und da schon viel produziert jetzt haben wir auch viel produziert eigentlich das heißt guten dinge wollen wir schon auf die nächste ernte seien jetzt werden wir dann auf jeden fall noch die anderen ballen machen dann wollen wir die ballen einsammeln das heißt wir haben eh so ein bisschen noch was zu tun da wachst der mais eh auch schon brav ich muss mir das dann ansehen ich möchte schauen was ich ob ich die nicht alle gleich verkauft auf diese silage ballen das sind ja schon noch ein paar die wirklich jetzt aufheben sollen ich mag den einmal da so an denn was haben wir denn da wir haben eine lektion in action lektion in action wir könnten uns 191.000 aufnehmen Restbetrag jetzt haben wir auf jeden fall zurück das sollte man ja auch bald haben also wir könnten uns theoretisch wie viel kredit aufnehmen das ist 206.000 suche mal ein gras grasfeld hätten wir da zu teuer da ach noch jemand zu teuer da da war teuer ist jetzt so teuer das muss ich schon sagen ähm fluggasanlage auch so teuer mit 666.000 momentan die werden wir uns nicht holen solange die nicht billig ist die nicht billig ist da wollte ich schauen welche flügelstelle ja da einer 125.000 da ist wahrscheinlich das Ziel dabei ach jetzt was bringt man das wirklich was hat mir eine molkere 85.000 das wird sich so ausgehen das ist das ist Trotex Verkaufsstation Verkaufsstation Drohverkauf ja gut das ja eh das typische gut jetzt da sind wir fertig ich ja Danke, nicht von ihm. Nicht von ihrem Sorge hier dazu. Schauen wir mal, wie viele Ballen wir da oben rauskriegen. Schauen wir mal, wie viele Ballen wir da oben rauskriegen. Schauen wir mal, wie viele Ballen wir da oben rauskriegen. Schauen wir mal, wie viele Ballen wir da oben rauskriegen. Na, was jetzt? Habe ich direkt vergessen. Ahem. Ja, da hat er noch ganz schön viel zum Ernten, da lieber herfahren gehen wir. Was ist denn da der Anfang? Obwohl das eigentlich wieder wurscht ist, weil wir könnten ja wieder sagen. Ausladen, aktivieren. Erster Wegpunkt, bitte. Oh, da war sogar der erste. Wir haben jetzt eben, was ist unser Solist jetzt einmal? Wir haben noch 39.000 Silage da liegen, 22.000 Milch, 15.000 an Getreide haben wir so herumliegen. 122.000 Liter. Krass, aber da kommt ja noch was dazu jetzt. Es wird, ich sage euch bald, müssen wir ja einen zweiten Elfen zu organisieren, weil das schaffen wir sonst alles nicht. Ich habe den jetzt echt nicht gesehen, das Licht. Das ist ein größerer Ballanhänger, würde ich mal kaufen, auf jeden Fall. Die Biogasanlage ist halt viel zu teuer momentan da. Ich sage okay, volle Wucht auf die. Und ansonsten muss ich jetzt ehrlich sagen, Ich bin nicht zufrieden, so wie es ist. Ich weiß nicht, wie es ist. Was ist gut? Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, letzten So, letzten So, letzten So, letzten So, letzten es einfach so, trotzdem bin ich noch da und wir feiern ein gutes Jahr. Jetzt fahr' mal zum Fang, geh mal hinauf auf seinen Hof, denn dort haben wir ein Feld und das wird grad' g'maahht. Gleich ist 24 Uhr und der Kredit ist zum Teil. Upsi, jetzt haben wir ihn wieder wickelt. Komm, ich will mich aufkalten. Untertitelung des ZDF, 2020 Habe ich jetzt wirklich Strafe gezahlt? Oder war das jetzt Abmietkosten? Ich habe mich erschreckt. Ich habe mich erschreckt. Jetzt sehe ich schon, da wird alles blockiert. Dann werden wir mal gleich eine Runde fahren, dass es nicht blockiert wird. Zack, 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 zack und zack. Zack, 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 zack. Gut, ich glaube, dass wir nicht offline machen, jetzt die restlichen Ballen alle nach Hause holen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir wahrscheinlich das Anerfeld grubbern werden. Und ja, bis zum nächsten Mal.